Ihr werdet euch schon da sein, der Franzose kommt auf Fernsehsensee. Er ist die Hälfte, leider von Jungs. Jungs, der Mann verheiratet ist Vater eines Kindes. Er ist begann, dass er so 15 Jahre in den Fahrsport zu war, wie viele andere auch von seinem Vater hier stark oder kurz geworden. Er war Weltmeister, wo sei mal wo, der Einspänner-Konkurrent. Sonst 2005 begann er dann den 4-Spenner-Sport. Ich war 2008, ich bin bei den Weltmeisterschaften dabei, ich war 2006 in Aachen ebenfalls mit dabei und konnte 2002 die Einspänner-Spenner-Spenner-Konkurrenten gewinnen. Ja, erfolgreicher war Aachen und den alten Weltmeister, weil es war in Witzer war er wieder, den Konten ernsthaft. Nachdem! 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 Nachdem!